Digga, bist schon behindert? Digga, jetzt hab ich ein bisschen gesabbert, ey. Ey, wo was geht? Wir kommen zurück zu Let's Battle mit mir, dem Topra und dem Lovely Potato, auch Marcel genannt. Ja, wir sind jetzt wieder alleine. Fick doch, ihr scheiß Wichser. So, jetzt musst du jetzt mal raus. So, wir sind wieder alleine. Die haben uns schon Grüße. Da hinten ist übrigens noch ein Schild. Warte, das wollte ich noch kurz sagen. Da hinten ist nämlich ein Schild, dass die uns Grüße da... Hier unten ist ein Schwein, kannst du es mal töten? Ja, ich werde es versuchen. Da hinten ist ein Schild, da steht drauf, war schön mit euch Grüße. Oh, das war voll süß. Lasst den Hate beginnen. Ja, sowieso. Na, Brudi? Schön mit Öl. Neue Nudeln. Neue Nudeln. Neue Nudeln. Neue Nudeln. Neue Nudeln. Neue Zusammen. vielleicht von dem Geschehen daher wieder hinten ein bisschen distanzieren. Habe ich noch irgendwie Rottenflash oder so? Ich habe gerade, als du Rottenflash gesagt hast, an mein Penis gedacht. Warum? Was ist denn los mit dir? Heute mal auch ohne Softbox, keinen Bock mehr gehabt, die anzumachen. War eh schon spät dran. Alleine du weißt, es geht gleich los, ne? Ja, ging's ja auch. Ich war heute mit einer Freundin verabredet, sie meldet sich nicht, ne? Ich so, du weißt schon, dass wir heute verabredet waren, ne? Sie so, wie, du hast jetzt keine Zeit mehr. Ich so, ja, nee, jetzt habe ich auch keine Zeit mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Achso, du willst da lang? Okay, gut. Was war das? Was? Da hinten? Ich weiß nicht, was du meinst. Im Wasser? Wo hinten? Ach, übrigens, wir sollen hier nicht hin. Ach, echt? Ja. Quatsch. Was denn? Wie kommst du da rauf? Sollen wir echt nicht? Ne. So. Wir sollen uns von hier fernhalten. Von hier? Mhm. Von der Base da, wo wir gecamt haben. Hier ist doch gar keine Base. Wieso Fotzen? Ich dachte, von der Lava hier sollen wir uns fernhalten. Das ist nicht gerade. Der hast du doch dahin gemacht. Die Lava? Nein. Ah, ist das hier der... Ne, die Lava habe ich wieder im Eimer. Achso, das ist gar nicht das. Nee, wir sind doch... Wir sind viel weiter weg. Achso, ja, okay, gut. Ne, also wir sollen uns auf jeden Fall da von fernhalten. Okay. Also ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einfach eine neue Höhle. Ich würde sagen... Und nehmen wir mal das Eisen mit, genau. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier eigentlich alles mit. Ähm... Ich muss aber sagen, ich habe immer wieder ein bisschen Paranoia. Ach, ich habe ja noch einen Ofen. Ähm... Wir haben hier ein ganz großes Problem, Alex. Wir haben nur noch ein Leben. Ja, komm. Achso, das kann man übrigens jetzt auch mal sagen. Also wenn jetzt einer von uns sterben sollte und der andere überlebt, darf er so lange noch drinbleiben, bis er tot ist. Ja. Das sollte man vielleicht mal erwähnen. Das hat Dumas so beschlossen. Finde ich auch nett, auch dem niedrig lebenden Team. Also ich würde sagen, wir suchen hier in der Höhle erstmal... Ich sollte aufhören, die Diax zu benutzen. Ähm... Ich bin dafür, wir machen das so, wir farmen hier Schießpulver. Wow, wow, wow. In der Höhle und ein bisschen Eisen und ein bisschen Gold. So, ich klatsche dich mit der Spitze, du Hure. Also wir können uns auf jeden Fall eine neue Rüstung machen, weil... Mein Schild ist komplett im Arsch. Im Anus. Ich würde sagen, wir... Aber mir geht noch, ich hab noch ein bisschen... Aber ich... 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 Mach jetzt hier erstmal einen Ofen hin. Ja, okay. Dann packe ich da... Hallo? Na? Ich wollte da... Also ich bin auf jeden Fall... Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir hier ähm... Hast du schon noch Kuhle? Kräper suchen sollten. Ja, ich hab noch drei Stacks, warte hier. Ja, ne, ich nicht. Und ich... Worauf sollte ich Schleichen packen? Aber warte mal. Habe ich das... Ja, ich hab's noch richtig. Worauf soll ich Schleichen packen? Ich hab jetzt auf Schiff nämlich Sprinten. Ich hab... Ich hab's auf Caps Lock. Okay. Ja, keine Ahnung. Controls. Ähm... Ich hab's auf Maus 4. Wo ist denn Maus 4? Das ist nicht gut. So, ich ripp mir mal hier die zwei Dinger. Zack, zack, zack. Chromie hat mich angestuppst. Wird nichts. So, ich musste beide Essens haben. Da hast du eins Geld für dich. Wird ich es denn jetzt schon wieder? Ich krieg grad so ne Nachricht. Ich hab mich letztens mit so einer von Lavoo getroffen. Ich nenn jetzt keinen Namen. Warte, warte, warte. Und jetzt kommt... Einmal getroffen, ne? Wir haben uns einmal gesehen. Und du. Ich muss dir was sagen. Ich mag dich voll. Und ich glaube, ich hab mich in dich verliegt. Ja, das passt ja überhaupt nicht zu deinem Charakter, wa? Warum hab ich hier so ein scheiß Brückenholz? Was soll denn der Dreck? Ich hab noch zwei Skype-Nachrichten, das war auch ne... Was soll ich mit einer Feder? Döli möchte, dass du das Video von Julien mit dem Penis-Penis... Fatze, fatze. Ja, ich weiß, ich hab's noch gelesen, aber... Ich mach das nachher. So. So, das Fleisch ist durch, ne? Nein, warte, warte, da kommt noch einer rein. Zack. Und zack. Also wir müssen Eisen fahren. Die kannst du nehmen, ich bin wieder voll. Ich überlege, ob wir vielleicht, ähm... Was denn? Also ich hab ganz viele MP44-Magazine jetzt. Und eine MP40-Mmo hab ich auch. Hast du überhaupt noch ne Waffenbox? Ich hab... Ja, genau. Ich hab nämlich die russische Waffenbox von uns gehabt, noch. Ähm... Vielleicht... Vielleicht, ähm... Hä? Was ist los? Ich weiß nicht, er schreibt WTF. So, nochmal, immer Fragezeichen. Und, ähm... Ja, ne, ich cheatet. Und, ähm... Ach man, ich drück... Ich hab immer so diesen Tick, dass ich immer bei der Tastatur auf Caps drücke. Mann. Ja, dann mach's woanders hin. Ähm, und... Ich weiß nicht, äh... Was hab ich eben gesagt? Lasset den Hate beginnen. Ähm, was hab ich denn eben gesagt, Digga? Ich hab keine Ahnung mehr, Mann. Wir sind... Ach genau, wir könnten uns vielleicht noch andere Waffenboxen benutzen, äh, hier holen. Ähm... Jo, mach mal. Warum? Panzerfaust verdoppelt, oder was? Ähm... Also, das Ding ist, wir haben halt eine russische Waffenbox, aber wir haben eine Panzerschreck und die ist in der deutschen Waffenbox und ich weiß gerade nicht... Ähm... Wie war das mit der Waffenbox? Welche... In welcher... Ähm... Wie ging nochmal die deutsche? Boah, frag mich nicht. Die hast du immer du gemacht. Ich... Ich bin... Ich bin nur so... Eigentlich bin ich nur... Wie nennt man das? Mitläufer. Äh... Nee. Warte, ich... Ich... Ich öffne kurz den Tab. Ich bin wie so ne Blume, die den... Die den Raum verschönert, verstehste? Digga, bist du behindert? Digga, jetzt hab ich ein bisschen gesabbert, ey. Bist du eigentlich bescheuert? Warum machst du sowas? Ich hab mir den Blick... Richtig vorstellt? Nö, der war... Der war ganz normal, der... Der ist... Echt? Ja, ich zeig... Ich dachte, du bist voll zusammengezuckt. Nö, ich glaub also nicht, dass ich wüsste, aber... Die Leute schreiben ja eh, ich bin... Ich bin viel zu emotionslos, was meine... Gehsticke und Mimik angeht. Wir brauchen für die deutsche Waffenbox... Scheiß drauf. Inksack. Inksack und rote... Rote Farbe. Ja, ich geh jetzt hier erstmal strip meinen. Okay? Jo, ich geh vor die Tür, ich geh raus und vor die Tür... Und guck, ob ich da so ne Tintenfotze finde. Ja, Trennen ist schon immer gut. Ja, ja, mit einem Leben. Guck mal, ein Enderman! Ja, scheiß auf den. Und ein Chicken. Töte ihn. Also ein Inkstack... Also diesen Inkstack, davon hab ich auf jeden Fall schon mal einen. Wir können eigentlich mal unsere... Unsere Dinge noch mehr verzaubern, weil ich hab eigentlich noch... Ja, ich hab noch 16 Level jetzt. Also ich töte den Enderman... Warum? Lol. Ähm... Der brennt jetzt, weil ich hier ein Chicken war und den wollte ich haben. So, der Enderman ist verbrannt und hier liegt leider keine Enderperle. Schade. Das wollte ich eigentlich wissen. Ob der eine Enderperle droppt. Weil durch die Enderperle hätten wir einen gigantischen Vorteil. Weißt du das? Bist das du? Ja, ja, ja. Ja, das... Nein. Warte. So. Leck mich doch im Arsch. Ähm... Ich geh mal kurz um den Berg rum und versuch oben vielleicht, ähm... Ne Rose zu finden, okay? Ne Rose? Rote Rosen. Auf Hawaii. Ich weiß, der Text stimmt nicht. Roses are red. Domse ist fett. Du musst jetzt natürlich wieder wehnen. Ähm... Nur mal an alle, ähm... Bitte jetzt nicht haten. Das war nur ein Spaß. Ich hab eine rote Rose. Ich hab zwei Rosen. Gut. Ja. Ich komm mit. Und hier ist ein Creeper. Und der Creeper ist exploded. Gut, ich... Ähm... Du weißt schon, dass ich Paranoia habe gerade, ne? Ne, ich bin eigentlich voll entspannt. Warum auch immer. Ähm... Digga, ich bin nicht entspannt. Wenn hier einer kommt, ne? Wir sind tot. Du bist tot. Ich wette... Ich wette, alle... Alle... Haben am Anfang gedacht, dass ich der bin, der ist versaut. Aber wer war schuld? Wer war schuld, hä? Wer war schuld? Wer war schuld? Ey, warte, 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 warte. Du. Warte. Guck mal in den Chat. Äh, na super. Fuck, wo sind die? Meinen die uns? Meinen die... Meinen die uns? Ich weiß nicht, ob ich sollte natürlich nicht sprinten. Ja, warte. Sneak dich. Ich muss die Kontrolls wieder umstellen, das geht so nicht. So kann ich nicht arbeiten. Sprinten. Wir reagieren jetzt einfach nicht drauf. Ich hab schon was geschrieben. Oh. Ich hab übrigens auch genug Oakwood für, ähm, für ne ganze... Mach mal ne Craftingbox oder hasch du eine? Warum kotscht du da ein Ei hin? Ähm. Ich dachte, ich spuck dir mal ins Gesicht. Ne, ich stand aber weiter weg. So, dann brauch ich davon eins und dann mit dem Eisen, zack und zack. So, die Waffenbox hab ich jetzt. Was ist das? Was wollte ich denn überhaupt craften? So. Achso, ich hab ja gar kein Holz. Die Panzerschreck braucht fünf Eisen und drei Schießpulver für eine, für eine Munition. Ich mach mir jetzt auf jeden Fall mal ne Eisenspitzhacke, ja? Oder brauchst du das Eisen? Okay, mach das. Ne, ne, ne. So. Und hier ist eigentlich nichts Besonderes drin. Jawohl. Außer die Bazooka. Stimmt, wir haben ja ne Bazooka gehabt, okay. Hier für dich. Die Bazooka ist sogar noch teurer. Dankeschön. Die Waffenbox packe ich mal wieder ein, ne? Juju macht das. Wollen wir uns ne Reservebox machen? Wo denn? Ich weiß es nicht. Also, wir haben ja jetzt hier diesen Platz. Weil ich mach mal kurz ein Waypoint. Wo war nochmal Waypoint P, ne? So. Ich mach jetzt eher schon mal was anderes. Peter Enes. Brauchen wir Leder? Leder könnten wir für Heiltränke gebrauchen, ja? Okay, Fäden brauchen wir aber nicht, oder? Ach, ne, könnten wir nicht. Das ist nur für diese Dinge, für diese Medikitbox. Ja, genau. Ja, ein Spinnenauge. Oh, warte, warte, warte. Hast du Cobblestone? Warte, ich hab dich auch erledigt. Ne, ne, ich hol's mal selbst. Ja, er holt sich selbst. Weil hier, ich hol mir selbst dann runter, so. Das ist ein fucking Bildschirm, ey. Der kotzt mich so an. Okay, ich hab jetzt, hat er, oder die haben nur Dom so und Janik gesehen. Ja. Wenn die wirklich uns gesehen haben, ne? Dann raste ich aus. Ach, dann wären die reingekommen. Folgen Ende, jo. Boah, okay, gut. Da sind sie. Na, Spaß. Okay. Guck mal, heute ein schick Pink verzaubert. Yay. Jebster. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.